So. Herzlich Willkommen zu unserem neuen Video. Bitte nicht fragen, was es mit der Mandarine aussieht. Die ist nicht Teil des Videos, aber die verdeckt die Adresse. Ja, die ganz allein. Naja, neben Rotbüchse. Jedenfalls gibt es was zum Auspacken. Das hier. Das haben wir gerade von unseren netten Nachbarn geholt. Die haben das von uns entgegen genommen, weil unsere Klingeln mal wieder nicht fehlen. So, jetzt geht's los hier. Jetzt seht ihr ja auch was es ist. Im Gegensatz zu mir. Ich sehe gleich nichts. Wieso? Ach so, wegen dem was da oben abgebildet ist. Erstmal das Siegel durchtrennen hier. Damit jetzt geht nicht auf den Karton fallen. Das ist ja unser Kronen. Ja. Ich setze mich jetzt mal hier daneben. Ja. Das ist... Wo ist hier so eine Kante? Weiß ich nicht. Jedenfalls ist das... Ja, wenn der Wasser drauf drauf, dass es da nicht runter läuft. Sondern... Ne, die ist aber... Ich glaube ich ausgebrochen. Ach ne, ist noch nicht. Ne, ich glaube nicht. Die geht nach oben, aber die geht nach... Die weiß ich nicht, wo sie sind. Die geht, glaube ich. Die geht... Hier nach innen, da nach außen. Hä? Hä? Es wird schon stimmen. Ich habe jetzt auch Näpfe. Keine Ahnung. Oh, ich dachte jetzt kommt sonst was. Das ist cool gemacht. Was ist das denn? Eine Anleitung. Das ist richtig cool. Also, wie ihr jetzt hier schon seht und wahrscheinlich auch am Titel seht, es geht um eine Staubsäure. Das hier ist der Roborock S50. Also der weiße. Wie heißt der schwarze? Der schwarze heißt S55. Ah. Ähm. An sich unterscheiden die sich wirklich gar nicht, außer von der Farbe. Ja. Auch nicht vom Preis? Ähm, doch. Bäh. Oh ja. China. Ähm. Eventuell unterscheiden die sich ein bisschen vom Preis, das weiß ich nicht genau. Ich hoffe mal, wir haben jetzt hier einen deutschen Adapterstecker dabei. Aber ich nehme es theoretisch an. Das ist eigentlich EU-Version. Ja. Und es ist eine englische Anleitung. Also von daher müsste. Was ist denn das für ein Strom-Dings? Also vom Stecker, weißt du was? Drucker, glaube ich. Ja, hier Drucker dieser. Oder Fernseher. Ja. Ja. Auf jeden Fall schon mal sehr cool. Mhm. Die Aufmachung von dem Ding. Also ich war ja immer skeptisch gegenüber so den chinesischen Marken und sowas. Aber. Ah, das ist unser Wischmups. Ich will diese Halterung für die Wischmücke. Oder Mopse. Ich weiß nicht, wie das heißt. Geht er? Äh. Ne. Guckt mir zu. Ja. Wie geht das auf hier? Genau. Also das Ding kann wischen und staubsaugen. Und ich hoffe, die Kamera hilft noch. Es klingt. Das ist gut. Ähm. Ja, der kann wischen und staubsaugen. Ja, sozusagen der Nachfolger von dem Xiaomi Mi Robot hieß der. Heißt der auch noch. Ähm. Der ist halt künstler, aber kann halt nicht wischen und. Ja. Ist das die Anleitung? Das hier? Mhm. Ne, ich glaube das ist. Ach das. Boah, süß. Ich glaube das ist hier für ein Ersatzrad. Ich bin mir nicht sicher. Das ist ja auch was anderes. Soll ich es nicht anmachen? Oder stimmt dann deine Einstellungen nicht mehr? Na, weiß ich nicht. Hast du was eingestellt? Ja, ja. Das wird halt jetzt von der Sekunde zu befinden. Ach, das sind ja Düsen oder was? Ne, ich glaube das sind Düsen. Vielleicht Ersatzdüsen. Genau, also hier vier Düsen. Ich weiß nicht, ob man da hier schon welche dran hat. Das werden wir gleich näher finden. Boah. Ah ja, hier sind zwei schon dran. Und vier könnten noch, also haben wir noch zusätzlich sozusagen. Aber dann hast du noch so einen Ersatzmob. Und man hat noch einen Ersatzmob, falls man den gerade an der Waschmaschine hat oder so. Und den wechselt man einfach so raus. Sind die waschbar? Die sind waschbar. Für die Waschmaschine. Die haben wir nicht an welches. Es geht ja einfach nur am ausspülen und fertig. Die haben ja nicht sonst was für einen Muck dran. Das steht auch bestimmt irgendwo. Aber steht bestimmt irgendwo. Beziehungsweise man hat ja auch zwei Versuche. Ja, ist so. Braucht man das? Muss man das dran? Bäh. Oh. Attacke. Okay, also ein wichtiger Hinweis. Bitte den Wassertank nicht auf dem Teppich benutzen. Ja, dann kommt scheinbar hier das Wasser rein. Ja. Wollte ich dein Bruder nicht auf so einem Leben holen? Ja, eventuell. Oh, der ist aber. Ja. Cool. Hä? Wo fängt denn der Beutel an? Da. Ja, dann nachher werden wir wahrscheinlich auch mal auf die eine Richtung wie der F eingehen. Also das haben wir logischweise auch mal nicht gemacht. Aber das können wir nachher gerne zeigen. Diese kleine Fussel da. Die sich dreht. Genau so. Achso, ihr seht jetzt gar nicht was ich hier mache. Doch. Gerade noch. Echt? Gerade noch. Okay. Ja jedenfalls. Ja. Kann man halt. Hier indem man. Ja gut, das ist eigentlich alles selbst erklärt. Ja das sind die federnden Räder. Mhm. Der hat jetzt halt nur eine so eine Bürste. Es gibt auch welche mit zwei. Also nicht von der Firma. Aber manche von solchen Robberlern haben halt zwei solchen Bürsten. Das macht auch nicht mehr Sinn, weil der fährt trotzdem nur sozusagen von rechts an der Linie. Der fährt zum Beispiel an der Wand so und lag noch nicht anders rum. Das heißt er braucht seine Bürste irgendwo auf der rechten Seite. Und die Linie hat da keinen Mehrwert. Aha. Das heißt er dreht dann rum, fährt in die andere Richtung und macht dann. Also das macht keinen Unterschied. Deswegen reicht noch die eine. Ja jedenfalls selbst erklärt diese zwei Peile zusammendrücken. Kann man hier aufmachen. Die Bürste raus. Sauber machen. Ist das auch so eine selbst oder so eine angetriebene Bürste? Bestimmt. Halt. Ja und dann halt darauf achten hier hinten einhaken wieder. Reinlegen. Da schnau ich jemand. Deckel drauf. Fertig. Genau. Keine Schutzfolien scheinbar. Wenn ich das richtig sehe. Ja der Staubbehälter ist hier drunter. Oh das ist cool. Das hält selber aber auf jeden Fall. Ja das hat hier so ein heiligerisches Helm. Das hat hier so ein Ding dran. Siehst du das? In den Dämpfen. Was? Hier? Ja. Ah. Wir haben eine Anleitung wenn wir den Staubbehälter sauber machen. Das ist cool das ist alles mit Bildern und nicht mit Texte. Ja jedenfalls. Genau. Hier an den Hebel ziehen. Dann kann man den raus nehmen. Was die Pfeile hier zu sagen haben kann ich euch nicht sagen. Hier rum der Hei nicht mehr. Achso man schlappt das runter. Man kann bestimmt auch irgendwo dran ziehen oder drücken. Ja also das ist auf jeden Fall der Filter der ist auswaschbar. Papierfilter. Ähm ja. Papierfilter. Ich weiß. Seht man das? Wahrscheinlich nicht. Doch man. Also das Filter hat man gesehen. Gut. Wie die Klappe hier jetzt aufgeht weiß ich noch nicht. Achso mit Gewalt okay. Ja also aufklappen, auskippen. Kann man ja auch auswischen oder so. Kann man auch auswischen ja. Und dann fertig. Achso wenn man an einem von diesen Pfeilen drückt geht es scheinbar leichter. Ja. Genau. Dann kommt der ganze Spaß wieder rein und fertig. Hier das ist sehr cool ist das Tool um den sauber zu machen gleich äh ja aufbewahrt. Ja auf jeden Fall dieses Tool ist echt und man kann einfach das Ding hier auskehren ein bisschen mit der Bürste oder mit diesem kleinen Messer. Das ist aber wahrscheinlich genug scharf. Scharf genug. Also Papier schneiden kann man damit nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine kleine Klinge um Haare abzuschneiden die sich unten zu sehr in dieser Rolle da verhakt haben und nicht mehr ähm ja nicht mehr abgehen von der Rolle. Oder. Warum war denn das hier drin? Wahrscheinlich. So. Naja. Genau. Also um Haare da unten zu zerschneiden. Falls man die so nicht mehr abbekommt. Was hat der gekostet? Der hat jetzt gekostet. Hm. 389. Wir haben auch welche gesehen für 369. Wir haben es über Ebay bestellt. Bei einem Händler aber. Ja und die für 369. Das stand aber da aufgrund von. Ach ich. Zollbestimmungen oder so. Ach. Steuerliche. Oder aus steuerlichen Gründen. Genau. Kann das Angebot gerade nicht äh benutzt werden. Bitte such dir doch ein anderes. Sinngemäß. Genau. Hier haben wir Pappe. Also das ist kreativ. Hier haben wir das Ladekabel drin. Und einen Ersatzfilter. Mhm. Und einen deutschen Stecker. Sehr cool. Aber da ja kein abgeknickter Stecker. Ja dann ist es so. Und das finde ich ja auch immer cool so. Hier Kabelmanagement mäßig mit Aufdruck. Einfach in der Nahrung zum Staubsauger drauf gedruckt auf diesen Klett. Ah. Siehst du das überhaupt? Hast du das bekannt wahrscheinlich? Ja aber wenn ich schon der Klett höre, stellen sich mir alle Haare auf. Ja ich glaube das ist nicht so ein ekelhaftes Klett. Doch. Wie klar ist das denn noch? Ah das bleibt gleich dran. Oh das ist cool. Naja das ist nicht ganz so ein Stecker. Aber es will so einer sein. Ja. Genau und da fehlt natürlich nur noch eins. Die Basisstation. Die ist ein bisschen kleiner als beim Vorgänger. Ja genau hier ist auf jeden Fall, falls das hier, diese Messung nicht reicht. Der Sensor wenn er irgendwo gegen fährt, dass er dann zurück fährt. Hast du den gerade so gelockert? Ne. Ne der hat es so. Ah ok. Genau so wenn er hier irgendwas berührt. Der hat eigentlich genug Sensoren. Hier sind Sensoren drin. Hier oben dieser Laser Messer. Hier sind Sensoren. Und... Ah ne hier nicht. Ja aber... Falls das doch mal nicht reicht... Hat er eben diesen Schutz. Weil auch gerade kleine Dinge... Wir haben jetzt zum Beispiel hier von uns auf klein so einen... Huch. So einen Spielebogen. Ich glaube nicht, dass er diesen erkennen würde, wenn er hier gegen fährt. Aber wenn er gegen fährt, würde er trotzdem zurück fahren. Also nein. Er würde ihn erkennen, wenn er darauf zu fährt. Diese Beine. Weil die zu sind. Diese Beine genau. Ähm. Und würde aber, sobald er halt dagegen kommt, dann zurück fahren. Ja. Dann würde ich das mal eben zusammenbauen. Hoch zusammenbauen. Dazu schiebt man theoretisch einfach nur diese Station hier rein. Dann stöpste ich mal das Kabel an. Ich würde das eben einfach mal kurz hier zum Testen machen. Genau. Wir haben jetzt die Station angesteckt. Und wie man sieht, hier oben rauf, es leuchtet. Das heißt, sie hat Stromweiß. Ich drehe das Gerät jetzt mal um. Mit dem Wassertank klickt man einfach hier ran. Dazu muss man das Gerät eigentlich nicht immer umdrehen. Das passt auch, wenn... Ach, das hängt dann... Ich habe das mal kurz alles gut. Das hat schon sein Spiel, damit es dann da auch auf dem Boden liegt. Genau. Und ja, also man kann das hier an der Seite wieder lockern. Damit ist das eingehakt. Und man braucht das eigentlich nicht jeden hochhebendes Gerät. Sondern man kann das eigentlich ohne hinzuschauen. Und das hält. Ja, die App. Ja, die heißt Miho. Auf die Einrichtung gehe ich jetzt gleich ein. Der ist aber nicht an. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Strom hat. Er ist nicht geladen. Doch, er hat Strom. Redest du jetzt mit uns? Ach so Scheiße. Der muss erstmal nachdenken. Dann denke. In der Zeit, was haben wir denn... Ach so. Und dann hat der Tag gesungen. Guck, jetzt kannst du irgendwas... Jetzt kann ich. Wenn ich es jetzt nicht über 4G runterlade, sondern über unser WLAN, dann wird das auch noch besser. Okay, okay. So, jetzt müsste er... Oh, das Englisch ist ganz gut. Ja, er saugt auch schon ein bisschen. Ja. Es dreht sich jetzt auf der Ventilator. Nein, ich bin nicht an Ladestation. Jetzt misst er gerade den Raum aus. Ja, macht er. Der sortiert doch erstmal noch. Der guckt erst einmal. Jetzt ist er zu weit. Aber nee, jetzt dürfte es passen. Nee, noch ein Stück zurück. Du brauchst nicht um deine Basis-Hilfe. Ich glaube mit dem Knöpfen nach vorne. Der feilt die erstmal noch ganz genau an. Oh, süß. Das ist echt gruselig, so ein autonomes Kilo. Charging. Genau. Wie gesagt, oder wie er gerade gesagt hat, er lädt jetzt erstmal. So sieht die App aus. Ähm... Ich würde jetzt erstmal sagen... Also es ist ja auch eine Art Test, ob das gut erklärt ist und ob es nicht gut erklärt oder doch gut erklärt und intuitiv funktioniert. Also das Aufnehmen, äh das Einstellen des Gerätes mit der App. Deswegen probiere ich das einfach mal ohne eine Anleitung gelesen zu haben. Ich klicke einfach mal auf Gerät hinzufügen. Ich muss jetzt ein Konto erstellen. Ja, es funktioniert. Ich bin jetzt bei meinem Zuhause. Jetzt steht da Zuhause unter meinem komischen ID. Ja, meinetwegen. So, jetzt klicke ich einfach auf Gerät hinzufügen. Gutes Einschalten. Ja, meinetwegen. Hä, wieso das denn? Nur zum ersten Mal nicht mehr... Wahrscheinlich, dass er es erstmal findet, damit er auch ja irgendeine Verbindung zu dem Gerät. So, jetzt muss ich dem erlauben, dass er... Ich hab's vergessen. Berechtigung. Ja, mach einfach alles. Hier ist mir bewusst. Ich weiß nicht, ob das jetzt das war, aber... Wird wahrscheinlich das gewesen sein. Genau. Ich habe keine Videokamera. Ich hab keine Beleuchtung. Ich habe... Autogeräte. Nee. Badezimmerelektronik ist das. Okay. Das ist der Roborock. Also, wenn man nicht verbinden kann, sollte man den Spot und Dock-Button gleichzeitig gedrückt haben, die beiden äußeren, bis der WiFi-Indicator, also der, der das anzeigt, dass WLAN aktiv ist, blinkt und es ist der hier. So. Ja, ich habe alles gelesen. Weiter. Bringen Sie Ihr Telefon näher zum Gerät. Hier geh ich hin. Nachricht an Gerät sind ein Gerät mit dem Netzwerk verbinden. Ich mach den Deckel mal wieder zu. Ich weiß doch auch nicht, was ich hier mache. So. Initialisierung, Erweiterung, erfolgreich installiert, verbunden mit dem Netzwerk. Alles fertig. Wählen Sie den Standort des Gerätes. Letztendlich... Ach du Scheiße. Nee, das will ich doch jetzt noch gar nicht. Gerätename. Den können wir bestimmt auch noch später ändern. Standort des Gerätes ist aktuell die Küche. Aber das können wir einfach nachher alles nochmal zurücksetzen oder ändern. Bestimmt hinzufügen. Verknüpfung des Startbildschirms. Jetzt nutzen. Wie das Gerät funktioniert. Unter mehr Produkthandbuch finden Sie weitere Produktvideoanleitungen. Okay. Will ich das Video jetzt gucken? Bestimmt. Ist das ein Chinese? Bestimmt. Press the Start Cleanup. Das ist eigentlich selbsterklärend. Ja, also man kann eine tägliche Reinigung per Timer programmieren. Um da halt überhaupt selbst gar nicht mehr dran denken zu müssen. Genau. Jetzt erleben. Akkustand 35%. EU haben wir. Okay. Ja, ja. Einverstanden. Aha. Also das ist seine aktuelle Position. Das... Ich kann ja mal drauf zeigen. Das grüne Blinkende hier ist seine aktuelle Position. Dann das Ganze, die ganze Grenze hier außen rum, ist das, was er jetzt gerade mit seiner kurzen Fahrt von neben der Station zur Station gemessen hat. Und dieses weiße eingezeichnete hier ist sein Weg, den er gerade schon zurückgelegt hat zur Station. Genau. Und dieser Haufen hier bin vermutlich ich. Oder? Ich weiß nicht. Könnte das passen? Und dann kann ich sagen, er soll genau da hin fahren und dort reinigen. Hallo. Hallo. Dann könnte ich einfach ihn zum Reinigen schicken. Hiermit. Oder ich könnte eine Zonenreinigung festlegen und markiere somit hier in einen Bereich. Und könnte hier sagen, er soll zwei, drei, vier, fünf Mal durchfahren. Ne, zwei bis... äh, eins bis drei Mal. Jetzt habe ich's. Ja, diesen Bereich kann ich halt vergrößern, verkleinern und löschen. Ich weiß nicht, ob ich einen neuen... Ja, ich könnte auch einen neuen noch machen. Genauso für zwei Bereiche, die halt zum Beispiel sehr dreckig sind oder so. Und dann kann ich sagen, Reinigung beginnen hiermit. Ähm... Ja, hier unten sehe ich, wie lange er schon gereinigt hat. Hier drüben wieviel Quadratmeter. Und hier oben in den Einstellungen kann ich dann alles Mögliche noch vornehmen. Ich hätte zum Beispiel auch eine Fernsteuerung. Könnte damit... Genau, jetzt fängt er... Das ist seine Schlaubsauglautstärke. Ja, er fährt jetzt einmal von seiner Basis runter. Und jetzt kann ich ihn hier mit der Fernbedienung... Achso, ja, hier mit drehen. Ah! Und damit fahren lassen. Und jetzt könnte ich ihn auch hier unten mit dem Knopf wieder zum Laden schicken. Das dürfte jetzt auch noch ein bisschen schneller gehen als gerade eben. Weil er ja jetzt schon einmal das Ganze kennt. Und schon einmal sich alles angeguckt hat. Und er fährt jetzt auch relativ gezielt darauf zu, ja. Und wie man sieht, hier kann man direkt beobachten, wo er sich gerade befindet. Jetzt ist er auf seiner Station. Genau. Genau. Aber auf jeden Fall cool, dass das alles so funktioniert. Und wir werden ihn jetzt mal an seinen eigentlichen Bestimmungsort versetzen. Ihm dann sagen, wo er steht. Und ja, vielleicht noch einen anderen Namen geben wir sehen. Und auf jeden Fall, wenn wir den Stück ausprobiert haben und getestet haben, werden wir nochmal weiterberichten. Weiterberichten.